So, dann hätten wir das, ähm, pass auf, was ich jetzt auf jeden Fall mal mache, wo haben wir denn die Dächer, da? Mach ich oben mal ein Dach drauf schon mal? Die Frage natürlich, einfach so dann, ohne jetzt, äh, warte mal. Ohne jetzt Überschuss, das müsste ich natürlich auch noch zumachen. Ähm, das mache ich, glaube ich, auch mal eben, warte mal. Ne, wir wollen ja hier, dann haben wir das nämlich auch schon mal. Da oben könnte man ja auch nochmal sowas verstecken, weißt du? Ja, da müssen wir nochmal schauen. Wir wollen ja erstmal, äh, ne, die Grundarbeiten, die grundlegenden Arbeiten hier fertig machen. Könnte ich eigentlich den machen? Zack, jo. Dann geht das doch schneller. Vorsicht. Ähm, die Slips könnte theoretisch mal wieder weg, aber gut. Die Frage ist natürlich, schließe ich das dann jetzt gleich hier schon ab? Ne, das soll ja eigentlich nicht an der Spitze gehen. Weißt du, dann würde ich das nämlich jetzt noch so einmachen und dann würde ich das nämlich schon abschließen, einfach. Nein. So nicht. Äh, das soll ja auch kein Spitzdach werden, ne? Ja, das soll ja schon so, ja, so, aber halt, ne? So, zack, 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 zack. Und dann wäre hier eigentlich einfach zu. Pass auf, dann machen wir nämlich zack, 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 zack. Ne? Genau. Genau, 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 genau. Und theoretisch hier genau dasselbe. Ich weiß halt nicht. Hier hatten wir ja so ein Sandwich gemacht. Ist schon wieder eine Kampfszene, das gibt's doch nicht. Ne, das ist das von unten. Entschuldigung. Ich kann das doch nicht mehr. Von unten und oben halt, ne? Ich glaube, Theo, ich glaube, das würde ich hier aber auch machen, oder? Weil das ist jetzt gerade so ein bisschen, ja. Ich glaube, das mache ich auch so. Ein. Zack. Ja, ja, jetzt ist natürlich die, äh, die Sache. Ach. Dass ich hier die Sache natürlich wieder wegmachen muss. Ach, hör mir doch auf. Ne, aber so mit Überschuss... Überschüss? Mit Überschuss sieht das halt dann halt aber auch besser aus. Warum haben die denn Autotune? Was ist das denn? Das ist ein bisschen so, ja, okay. Es kann sein, dass sie ja im Fortschritt weitergekommen sind, ne? Genau, das ist das Atomzeitalter. Ah, deswegen haben sie wahrscheinlich Autotune drauf. Ich verstehe, wo das hinführen soll. Ja, ja. Ich bin ja auch ein Mann von Welt. Äh, ne? Und ich kenne dieses Spielchen. So. Dann schauen wir mal, ey. Aber ich glaube, dass das dann besser aussieht, ne? Weil dann passen die Dächer nämlich auch zu den anderen Dächern. Weil, wie gesagt, das soll ja eigentlich so inspiriert sein. Das müssten wir dann auch da machen. Ähm, dass die sich vom Baustil halt alle sehr ähneln, ne? Weil das ja wirklich dann eine Gemeinschaft ist. Und der Bürgermeister hier gesagt hat, ja, das sieht gut aus. Unsere Stadt wird so halt gebaut. Mit den gewissen Maßstäben. Ne? Abweichungen können sie ja haben. Die sind ja nicht ganz schlimm. Aber von den Grundsachen her sollten sie halt schon dasselbe, ne? Fundament und wie auch Ausstattung haben. Also Ausstattung im Sinne von hier. Paneele und so weiter. So. Und dann jetzt einmal nur den hier, ne? Das kann ich auch jetzt wieder so... Ne, das geht jetzt nicht. So. Genau. Theoretisch würde dann oben wieder, ähm... ein Glowstone reinkommen. Aber hier würde ich es tatsächlich anders machen. Glaube ich zumindest. Oder mache ich hier oben auch wieder Glowstone, dass das von oben auch leuchtet, wenn es Nacht ist, weißt du? Ja, schauen wir mal. Aber ich mache jetzt nur noch das Dach eben hier fertig. Lalalalilu. Lalalalilu. Schnupendu. 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 Ziff 6 ist von der Melodie eigentlich echt geil, ne? Was die Soundtracks und so angeht. Ah, I love it. Das Ding ist... Das sind so Spiele. Ich weiß ja nicht, ob ich die selber spielen könnte. Uah! Weil so eine Runde, wenn du mir jetzt mal überlegst, du spielst mit 6, 7, ich weiß gar nicht, wie... Ich glaube mit 6, 7. Und dann geht so ein Match, je nachdem, ne? Wie es halt ist, so 8 Stunden mal. Ne? Oder 4 Stunden, 5 Stunden, ich weiß gar nicht. Aber ich meine auch 8 Stunden. Ähm. Aber das sind dann halt so Spiele, die gucke ich gerne bei anderen, weißt du? Die habe ich immer gerne bei anderen geguckt. Ähm. Weil das halt so, ne? Es ist halt so spannend und auch sehr interessant. Aber selber weiß ich nicht, ob ich den Kopf dafür hätte. Ich glaube nicht. Weil das ist ja wirklich mit Strategie und taktisches Denken und so. Und da bin ich ja sowieso... Weißt du? Ähm. Ich gehe noch einen hoch, ne? Genau. Und das sind halt so, ja, Strategiespiele sind halt so, ja. Ne? Weil ich glaube ich dieses Verständnis einfach dafür nicht habe. Konkret. Ich meine, logisches Denken ja. Und manchmal habe ich natürlich auch ein paar Einfälle, die besser sind, wenn andere Leute das jetzt zum Beispiel irgendwie machen würden. Ähm. Aber, ja. Ne? Ich bin ja, so. Ja, das sieht doch schon mal viel besser aus. Das sieht doch schon mal viel besser aus. So. Pass auf, was ich jetzt mache. Ähm. Ich packe... Ich packe... Ich mache mal kurz nochmal den hier. Ja, schön. Nochmal halt zum Abschluss. Ähm. Und hole mir jetzt mal... Das kann halt der Vergangenheits-John machen. Aber ich hole denen schon mal die Dächer nochmal da raus. Ach, ich habe das Ding ja noch an. Ach so. Ähm... Ne, dann brauchen wir das nicht machen und kann dann direkt loslegen. Dann hätten wir nämlich das große Dach dann auch später fertig. Wo waren die denn hier, ne? Ne. Ne, ich glaube hier oben links. Genau. Ähm. Auch fertig. Und dann kann man halt das Windrad machen. Und dann... Ist es, glaube ich, vom Äußerlichen ja gut. Da mit den... Wo wir eigentlich so... So die Blumenkästen hinhaben wollten. Ja, hier wollte ich eigentlich auch noch irgendwas hinbauen, ne? Ja. Ähm. Da müssten wir nochmal schauen. Ach du Heiliger. Ja, aber... Ja. Es ist schon... Es ist schon groß. Wie gesagt, Tür müssen ja auch noch rein. Hier müsste auch noch, äh... Holz. Ne? Das sind halt so Kleinigkeiten. Dann gehst du hier hoch und dann müssten wir halt... Ähm... Hier halt nochmal schauen wegen dem Aufgang. Ja, eigentlich war das anders geplant. Aber das geht hier halt echt... Oder hier mach ich sowieso ein... Ne? Nochmal so eine Tür rein. Das ist halt dann wirklich... Genau. Das ist ja wirklich dann nur Herstellung. Dann machen wir hier so eine Theke. So ein bisschen Theken mäßig was hin. Ne? So lalalala. Und hier... Können wir mal gucken. Regale mäßig oder was. Wo die Leute dann was kaufen können. Ne? Theoretisch könnte ich das nochmal hier wegmachen. So mach das auch nochmal weg. Das könnte ich theoretisch auch wegmachen. Obwohl... Obwohl... Warte mal. Habe ich nicht noch zwei davon? Einen. Wow. Nein. Weil dann könnte man das nämlich auch so nochmal machen. Äh... Pass auf, ich brauche ja... Ne, ich brauche einfach nur die normalen, ne? Genau. Hier brauche ich die normalen, weil da kommt ja jetzt hier kein... Da mache ich dann nochmal Annesid rein. Wenn ich davon noch was habe, ja, habe ich. So zack, zack. Dann ist das nämlich nochmal Annesid mäßig. Und hier kann man dann auch noch so eine kleine Bank hin machen. Weißt du? Da kann man so ein bisschen Pause machen. Ah, ja. Ähm. Aber es ist halt nur reine Bäckerei mäßig dann, ne? Ohne Kaffee. Obwohl hier könnte man so einen kleinen Tisch so... Lalalalalala. Ne? Das ist halt so ein Landhauscafé. Na gut. Ich würde sagen, äh, ich verabschiede mich jetzt schon mal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession. Wird wohl, äh, nicht... Nicht zu sehr lange dauern. Aber ich trenne da jetzt erstmal nochmal wieder ein bisschen. Und lade dann erstmal wieder hoch, ne? Und dann, ja... Schauen wir mal, bis weit die gehen. Ich muss auf jeden Fall für den Juni auf jeden Fall vorproduzieren. Da bin ich öfters nicht da. Und da ist halt auch Urlaub, ne? Dann schauen wir mal. Okay, alles klar. Dann vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, äh, ne? Ciao! Und da sind wir auch schon wieder zurück bei Minecraft. Hallo und herzlich willkommen zurück. So, was hatten wir in der Vergangenheit schon hier so angestellt? Ich muss sagen, mir ist es gerade wie Schuppen von den Augen gefallen. Ne? Mit der Erde hatten wir ja in den letzten Folgen ein bisschen Probleme, weil der Vergangenheit schon das ja ein bisschen anders haben wollte. Aber wo ich jetzt gerade aufgestanden bin, ne? Man merkt vielleicht schon an der Stimmlage, es ist wieder sehr früh. Was heißt sehr früh? Es ist 8 Uhr morgens, aber, ne? Ich war auf jeden Fall, ähm, ne? Der festen Überzeugung, dass ich jetzt heute Minecraft zocken werde. Aber dann ist es mir jetzt gerade wie, wie Schuppen von den Augen gefallen. Dass man das natürlich halt einfach so machen kann, ne? Und dann machen wir die Paneele einfach dran. Ne? Das Ding ist halt jetzt an der Geschichte, ähm, das müssen wir jetzt gleich mal ausprobieren. Weil wir haben ja jetzt auf der Erde, so ich nehme mal hier so einen Löwenzahn oder 64 Stück. Ähm, haben wir überhaupt noch Paneele? Jo. Ich muss mal kurz, warte mal, ich muss mal kurz wieder das Mikro hier so, ne? Damit ich auch wieder ein bisschen was sehe. Ah ja, es ist, es ist eine nervige Mikrofonsituation. Ähm, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, ne? Macht nichts. Weil dann machen wir nämlich den hier. Vielleicht machen wir da nochmal ein anderes Paneel dran. Na toll. Ein anderes Paneel dran, mal schauen. Ja. Aber dann würde ich dich hier rausreißen und die ganzen Sachen hier auch, ne? Dass wir hier dann ein paar Blümchen hinpacken können, weißt du, wie ich meine? So. Und theoretisch möchte ich das natürlich so haben, dass das ein bisschen mit Gras ist. Ne, dann könnte man nämlich jetzt hier wunderbaren Blümchen draufpacken. Ja, 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 ja. Ich weiß halt nicht, ob man da vielleicht nochmal was anderes nimmt, als so, ne? Dass es dann halt ein bisschen anders aussieht. Oder wir machen das, pass auf. Damit das hier so runter geht, machen wir das so hier. Und da packen wir dann nochmal so ein Moped rein. Ne? Dass es dann wirklich nur hier ist. Ja, ich glaube, das machen wir so. So, zack. Und dann nochmal ein Paneel. Ach, ich brauche wirklich eine größere GUI, ne? Es ist unglaublich. Aua. Nein. Achso. Genau. Dann machen wir das nämlich so. Weil da haben wir nämlich viel zu kompliziert gedacht. Pass auf, ich mach das jetzt erstmal, ich mach das jetzt erstmal so. Guck mal, da fehlt sogar einer. Ne? Und dann würde ich da so einen Erdblock, beziehungsweise wieder so eine Erdstraße nach oben machen. Die, die können wir dann erstmal hier, ach können wir, ach warte mal, die können wir jetzt gar nicht verbinden, ne? Ne, pass auf. Dann müsste ich nämlich jetzt eben den hier so machen. Da hab ich wieder Mist gebaut. Weil der kommt ja sowieso nicht hier rein. Da kommt ja wieder so einer rein. Dann kommt ja wieder so einer rein. Dann muss der aber auch nochmal weg. Dann muss der aber auch nochmal weg. So. Dann muss der auch weg. Dann machen wir das nämlich. Ja, doch. Ne, ist richtig, ne? Ja, ja, ist richtig. Okay. So, dann machen wir das so. Theoretisch müsste der hier dann raufgehen, dann da, bla bla. Ja, warte. Und so. Ne?